Philosophie der Mathematik wird einerseits als ein Bemühen um die Klärung solcher Probleme und Fragen verstanden, die die Mathematik selbst aufwirft, nicht aber mit ihren eigenen Methoden lösen bzw. beantworten kann. Andererseits dehnt sie den Wirkradius der Mathematik über ihren Gegenstandsbereich hinaus aus, man denke hier etwa an die konzeptuelle Anwendung der Mathematik in der Vektorpsychologie vom letzten Video. Das heutige Thema beschäftigt sich mit dem zweiten Aspekt, also der Ausdehnung der Mathematik über ihren eigenen Gegenstandsbereich hinaus. Obwohl, genau genommen, heute der Frage nachgegangen wird, ob es überhaupt etwas über diesen hinaus gibt. Damit willkommen zu diesem Video und der Reise in die Antike zu den Pythagorean. Das erste, was einem einfällt beim Stichwort Pythagoras, ist wohl ein rechtwinkliges Dreieck und die Beziehung a² plus b² ist c². Ob der Satz wirklich auf ihn zurückgeht, ist aber bereits nicht eindeutig. Es könnte gut sein, dass er diesen bei einem Aufenthalt in Ägypten nach Griechenland importiert hat. Und das ist auch ein allgemeines Phänomen. Mangels verlässlicher Quellen, der schon früh wuchernden Legendenbildung, Pythagoras soll beispielsweise an zwei Orten gleichzeitig gesehen worden sein, eine goldene Hüfte gehabt haben und auch mit Tieren sprechen können, und zudem Widersprüchen zwischen den überlieferten Berichten, sind viele Angaben über das Leben des Pythagoras und der Pythagorea in der wissenschaftlichen Literatur umstritten. Sicher ist, dass es sich um eine Art religiös-philosophischen, politisch aktiven Zusammenschluss handelte, der Pythagoras als Gründer verehrte. In der Forschung schwankt die Deutung der Pythagorea als Mysterienkult, wie Walter Burkhardt meint, bis hin zu einem lockeren Zusammenschluss autonom forschender Personen. Die Forschungen der Mitglieder des inneren Kreises betrafen im Wesentlichen die orphisch-pythagoräische Lehre vom harmonischen Aufbau der Welt. Diese Lehre besagt, dass die Welt aus der ungeordneten, gestaltlosen und eigenschaftslosen Urmasse, dem sogenannten Chaos, entstanden sei, und dass ein Gott es gewesen sei, der aus dem Chaos die wohlstrukturierte, harmonisch geordnete Welt geschaffen habe. Die Pythagoreer, wie viele andere Schulen, fragten nach einem Urprinzip, das alles Sein dekonstituiert und lenkt, die berühmte Archäfrage in der Antike. Thales gab als Antwort das Wasser, Anaximander das Unermessliche und Anaximenes die Luft. Die Pythagoreer wählten nach Aristoteles ihre eigene Antwort, die unter dem Ausdruck Alles ist Zahlgeschichte schrieb. Allerdings geht die Deutung, wie erwähnt, auf Aristoteles zurück, den man wohlwollend unterstellen muss, die Lehren richtig erfasst zu haben. Die Pythagoreer meinten, dass in diesem Weltall alles in harmonischer Weise nach Zahl und Proportion geordnet sei, schreibt Iamblichos, oder bei Kranz in den Fragmenten der Vorsokratiker, und in der Tat hat ja alles, was man erkennen kann, eine Zahl, denn ohne sie lässt sich nichts erfassen oder erkennen. Die Pythagoreer teilt man in zwei Gruppen, die Akosmatiker und die Mathematiker. Akosmata bezieht sich auf Gehörtes, die Akosmatiker beriefen sich auf die mündlichen Lehren des Pythagoras, hielten sich an die Verhaltensregeln wie in den goldenen Versen verschriftlicht und hatten wohl eher ein religiös-mythisches Weltbild. Die Mathematiker beschäftigten sich darüber hinaus mit Mathemata, das heißt schriftlich festgehaltenen Lehrgegenständen mathematisch-naturwissenschaftlicher Art. Die harmonische Ordnung zeigte sich nach Pythagoras und seinen Schülern dort, wo die einzelnen Teile in einfachen, ganzzahligen Verhältnissen angeordnet sind. Insofern haben die Pythagoreer davon gesprochen, dass alles Zahl sei. Bei den Mathematikern ist vor allem Hypasos zu nennen, der die Inkommensurabilität und damit als erste irrationale Zahlen beschrieb. Dass dies zu einer pythagoreischen Grundlagenkrise geführt hat und die Pythagoreer den Tod durch Ertrinken von Hypasos auf göttlichen Willen zurückführten, gilt in der heutigen Forschung allerdings als überholt. Den Pythagoreern wird auch nachgesagt, dass sie die Ersten waren, die eine Verbindung zwischen Mathematik und Musik untersuchten. Das sieht man auch im Bild unten rechts. Es gibt hier eine bekannte Erzählung, nach der Pythagoras entdeckte, dass gleichzeitige Hammerschläge wohlklingende Töne erzeugen, wenn die Gewichte der Hammer in bestimmten ganzzahligen Verhältnissen standen. Das führte dann zur Unterscheidung von Oktave, Quinte und Quarte. Außerdem bekannt ist die Annahme der Sphärenmusik, das beschreibt die nach Zahlenverhältnissen harmonische Anordnung der Himmelskörper und überträgt die pythagoreische Musiktheorie in den Kosmos. Man ging davon aus, dass bei der Kreisbewegung der Himmelskörper, ebenso wie bei den Bewegungen irdischer Objekte, Geräusche entstehen. Wegen der Gleichförmigkeit der Bewegungen konnte dies für jeden Himmelskörper immer nur ein konstanter Ton sein. Die Gesamtheit dieser Töne, deren Höhe von den unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Abständen der Himmelskörper abhing, sollte einen kosmischen Klang ergeben. Pythagoras war im Übrigen wieder mal der Einzige, der diese Sphärenmusik hören konnte, so die Legende. Sie glaubten darüber hinaus an eine Seelenwanderung, die nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern auch von Mensch zu Tier und umgekehrt stattfindet, was im gleichen Atemzug auch ihren Vegetarismus als Enthaltung von Beseeltem begründete und an orfischer Tradition anschließt. Sie nahmen überdies an, dass in allen Bereichen, also in der Natur, im Staat, in der Familie und auch im einzelnen Menschen, dieselben zahlenmäßig ausdrückbaren Gesetzmäßigkeiten gelten, dass überall Ausgewogenheit und harmonischer Einklang anzustreben sind und dass die Kenntnis der maßgeblichen Zahlenverhältnisse eine weise naturgemäße Lebensführung ermöglichen. Die Annahme, dass ein einheitlicher Kosmos immer und überall von den gleichen mathematischen Gegebenheiten bestimmt ist und die zyklische Natur der gleichmäßigen Bewegung der Himmelskörper, führte einige Pythagoreer dazu, auch das Schicksal der Menschheit als vorherbestimmt und im Sinne einer ewigen Wiederkunft als zyklisch zu deuten. Weiterhin, und das ist auch eine gern erzählte Anekdote, ist, dass Pythagoras den strengen Verzicht von Bohnen lehrte und nach einer Legende starb, weil er bei der Flucht verweigerte, durch ein Bohnenfeld zu gehen. Kommen wir nun zum bekanntesten Objekt ihrer Zahlenmystik, das die Pythagoreer als Schlüssel zum Verständnis der Weltharmonie ansahen, nämlich der Tetraktes, zu deutsch Vierheit. Als Tetraktes bezeichneten die Pythagoreer die Gesamtheit der Zahlen 1, 2, 3 und 4. Da die 10 die Summe der ersten vier Zahlen ist, nahm man an, dass die Vierheit die Zahl 10 erzeugt. Einer Legende nach haben die Pythagoreer die Tetraktes derart verehrt, dass sie sich nie mehr als zu 10 getroffen haben. Quelle und Wurzel der ewig fließenden Natur ist nach den Pythagoreern die Zahl 1. Diese war für die Pythagoreer selbst aber keine Zahl, sie stand jenseits der Zahlenwelt, obwohl sie rechnerisch wie alle anderen Zahlen erscheint. Sie ist sowohl gerade als auch ungerade, und die Tetraktes sieht man im nebenstehenden Bild auch über Pythagoras Kopf. Aus der Tetraktes, die die Form eines gleichseitigen Dreiecks hat, kann man auch die harmonischen Grundkonsonanzen Quarte im Verhältnis 4 zu 3, Quinte im Verhältnis 3 zu 2 und Oktave im Verhältnis 2 zu 1 ablesen. Männlichkeit wurde mit den Geraden und Weiblichkeit mit den Ungeradenzahlen identifiziert. Das Ganze hat ein bisschen was von Yin und Yang. Deswegen ist die 1 als Ursprung aller Zahlen sowohl gerade als auch ungerade, also männlich und weiblich. Die Ehe zwischen Mann und Frau wurde mit der Zahl 5 identifiziert, da sie die Summe aus der ersten Ungeraden- und Geradenzahl ist. Die 1 wäre ja eigentlich die erste ungerade Zahl, aber diese kommt ja eine besondere Rolle zu, sodass die 3 die erste ungerade Zahl ungleich 1 ist. Ein weiteres Beispiel zur Zahlenmystik ist folgendes. Pythagoras antwortete, der Legende nach, auf die Frage, was echte Freundschaft heißt, wie folgt. Er antwortete, einer, der ein anderes Ich ist, wie 220 und 284. Was könnte damit gemeint sein? Anknüpfend an diese Legende gibt es in der Mathematik eine Eigenschaft, die Zahlentupeln, wie 220 und 284 zuteil wird. Man spricht nämlich davon, dass sie befreundet wären. Und zwar lautet die Definition wie folgt von befreundeten Zahlen. Zwei verschiedene natürliche Zahlen, von denen wechselseitig jeweils eine Zahl gleich der Summe der echten Teile der anderen Zahl ist, heißen befreundete Zahlen. Echte Teile sind alle Teile eine Zahl außer die Zahl selbst. Als Beispiel nehmen wir mal die Zahl 8. Diese hat die Teile 1, 2 und 4. Und die 8 teilt eigentlich auch die 8, aber wenn wir von echten Teilern sprechen, dann lassen wir diese Zahl aus. Also gucken wir mal, wie sich das bei 220 und 284 verhält. Entspricht die Summe der echten Teile der einen Zahl wirklich der jeweils anderen? Schauen wir mal. Unter den echten Teilern von 284 sind 1, 2, 4, 5 und so weiter. In Summe 284. Und die echten Teile von 284 sind 1, 2, 4, 71 und 142. Und das macht in Summe 220. Die Zahlen sind also tatsächlich befreundet. Nun können wir die Antwort für Pythagoras auf die Frage, was echte Freundschaft heißt, also wie folgt beantworten. Er sagt, ich bin die Summe der Teile meines Freundes und er umgekehrt die Summe meiner Teile. Das ist also die pythagoräische Freundschaft. Zwei Freunde sind jeweils die Summe der Teile des Gegenübers. Um sich ein Bild davon zu machen, wie antike Mathematiker arbeiteten und woran sie arbeiteten, folgende Hinweise. Meist wurde mit einem dünnen Stab auf eine mit feinem Sand bestreute Tafel, die man Abax nannte, geschrieben. Probleme der Mathematik waren zu dieser Zeit die Quadratur des Kreises. Dabei steht die Aufgabe darin, aus einem gegebenen Kreis in endlich vielen Schritten ein Quadrat mit gleichem Flächeninhalt zu konstruieren. Mit Lineal und Zirkel hat sich das als unmöglich erwiesen. Daneben gab es noch die Trisektion des Winkels, also die Frage, kann man einen beliebigen Winkel mit Hilfe von Zirkel und Lineal in drei gleich große Winkel unterteilen? Und das ist nur für bestimmte Winkel möglich. Und schließlich gab es noch die Würfelverdopplung, also die Aufgabe, zu einem Würfel einen weiteren Würfel mit doppeltem Volumen zu konstruieren. Nun noch ein Wort zur Rezeption der Pythagoreer, eine Perspektive, die ich ganz interessant finde. Werner Heisenberg wies in seinem erstmals 1937 veröffentlichten Aufsatz Gedanken der antiken Naturphilosophie in der modernen Physik den Pythagoreern eine Pionierrolle bei der Entstehung der naturwissenschaftlichen Denkweise zu, welche darauf abzielt, die Ordnung in der Natur mathematisch zu fassen. Heisenberg schrieb, die Entdeckung der mathematischen Bedingtheit der Harmonie durch die Pythagoreer beruhe auf dem Gedanken an die sinngebende Kraft mathematischer Strukturen. Er spricht von einem Grundgedanken, den die exakte Naturwissenschaft unserer Zeit aus der Antike übernommen hat. Die moderne Naturwissenschaft sei, eine nach Heisenberg konsequente Durchführung des Programms der Pythagoreer. Überhaupt gehöre die Entdeckung der rationalen Zahlenverhältnisse, die der musikalischen Harmonie zugrunde liegen, für Heisenberg zu den stärksten Impulsen menschlicher Wissenschaft. Kommen wir zu einer weiteren Zurückberufung auf die Pythagoreer. Kepler wollte die pythagoreische Harmonie der Himmelssphären mit seinem Konzept des Mysterium Cosmographicum vollenden. Entdeckte, dass jeder der fünf platonischen Körper durch Sphären einzigartig umhüllt werden könnte und würde man diese Körper, die jeweils in einer Sphäre eingeschlossen sind, ineinander verschachteln, würden sechs Schichten entstehen, die den sechs bekannten Planeten entsprechen. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn. Durch die richtige Anordnung der Körper, von innen nach außen, also vom Mars bis zum Jupiter in der Reihenfolge, Oktaeder, Icosaeder, Dodekaeder, Tetraeder und Würfel, fand Kepler heraus, dass die Sphären den Längen der Bahn jedes Planeten um die Sonne entsprechen und im Allgemeinen um weniger als 10% von astronomischen Beobachtungen abweichen. Er führte die meisten Abweichungen auf Messungenauigkeiten zurück. In seinem 1916 erschienenen Werk Harmonic e Mundi, Weltharmonic, stellte er ebenso wie im Mysterium Cosmographicum eine Verbindung zwischen den platonischen Körpern und der klassischen Auffassung der Elemente her, eine Idee, die von Platon selbst ausging. Das Tetraeder war die Form des Feuers, das Oktaeder das Symbol der Luft, der Würfel das der Erde, das Icosaeder symbolisierte das Wasser und das Dodekaeder stand für den Kosmos als Ganzes oder für den Äther. Eine modernere Position, man könnte von Neopythagoreismus sprechen, ist die mathematische Universumshypothese von Max Thekmark. Man spricht auch von mathematischem Monismus und Mathematizismus. Die These von Thekmark lautet, dass das physische Universum nicht nur durch Mathematik beschrieben werden kann, sondern Mathematik ist, beziehungsweise eine mathematische Struktur. Also mathematische Existenz ist gleich physikalische Existenz und alle Strukturen, die mathematisch existieren, existieren auch physisch. Schwerkraft kann mathematisch beschrieben werden, also existiert sie. Elektronen haben eine negative Ladung, also minus 1, ein Halb als Spin und 1 als Leptonenzahl. Lässt sich also als mathematische Struktur auffassen und existiert folglich. Beobachter, einschließlich Menschen, sind dabei selbstbewusste Unterstrukturen und in jeder mathematischen Struktur, die komplex genug ist, um solche Unterstrukturen zu enthalten, werden sich diese subjektiv als in einer physikalisch-realen Welt existierend wahrnehmen. Die Arbeiten von Thekmark zeigen, dass die Eigenschaften, die wir mit der Realität verbinden, wie Masse, Zeit, Raum usw., lediglich mathematische Strukturen sind. Er kam auf diese Idee aufgrund der mathematischen Muster, die wir in der Natur gesehen haben, wie den goldenen Schnitt oder die Fibonacci-Folge, aber auch bei alltäglichen Dingen wie Kegelschnitten. Die Mathematik beschreibt natürliche Phänomene sehr gut, aber das reicht laut Thekmark nicht aus. Manchmal verwechseln wir die Notationen der Mathematik mit der dahinter steckenden Realität. Wir selbst sind Substrukturen aus Mathematik, auch bekannt als die selbstbewussten Substrukturen, die die Landschaft um uns herum aufdecken, indem sie sie in Gleichung und Theoreme formalisieren. Wir Menschen haben nach und nach viele weitere wiederkehrende Formen und Muster in der Natur entdeckt, die nicht nur Bewegung und Schwerkraft, sondern auch so unterschiedliche Bereiche wie Elektrizität, Magnetismus, Licht, Wärme, Chemie, Radioaktivität und subatomare Teile betreffen. Es wurde gegen diese Theorie eingewendet, dass die mathematische Universumshypothese mit Gödels Unvollständigkeitssätzen nicht vereinbar ist. Thekmarks Antwort besteht darin, eine neue Hypothese anzubieten, nach der nur Gödel vollständige, also vollständig entscheidbare mathematische Strukturen eine physikalische Existenz haben. Und er erwägt auch, die mathematische Universumshypothese um eine zweite Annahme zu erweitern, nämlich die berechenbare Universumshypothese, die besagt, dass die mathematische Struktur, die unsere äußere physikalische Realität darstellt, durch berechenbare Funktionen definiert wird. Eine weitere Reaktion auf Thekmarks Hypothese ist der Hinweis, dass Mathematik zumindest teilweise eine menschliche Konstruktion ist. Thekmark argumentiert, dass wir, wenn wir eine vollständige Beschreibung der Realität geben wollen, eine von uns Menschen unabhängige Sprache brauchen, die auch für nichtmenschliche Wesen wie außerirdische und sogar zukünftige Supercomputer verständlich ist. Brian Greene argumentiert ähnlich. Die tiefste Beschreibung des Universums sollte keine Konzepte erfordern, deren Bedeutung auf menschliche Erfahrung oder Interpretation beruht. Die Realität geht über unsere Existenz hinaus und sollte daher in keiner Weise von unseren Ideen abhängen. Es gibt jedoch viele nichtmenschliche Wesen, von denen viele intelligent sind und von denen viele numerische Größen verstehen, sich merken, vergleichen oder sogar ungefähr addieren können. Mehrere Tiere haben auch den Spiegeltest des Selbstbewusstseins bestanden, verfügen damit also über einen höheren Bewusstseinsgrad. Aber abgesehen von einigen überraschenden Beispielen mathematischer Abstraktion, zum Beispiel können Schimpansen darauf trainiert werden, symbolische Additionen mit Ziffern auszuführen, beschränkt sich die tierische Intelligenz in der Mathematik auf grundlegendste Zählfertigkeiten. Es sollte allerdings nichtmenschliche intelligente Wesen geben, die die Sprache der fortgeschrittenen Mathematik verstehen. Jedoch bestätigt keines der uns bekannten nichtmenschlichen intelligenten Wesen den Status der fortgeschrittenen Mathematik als objektiver Sprache. Dass diese Theorie vor einer ganzen Reihe an Schwierigkeiten steht, ist glaube ich auch nicht schwer zu ahnen, da die Mathematik mehr und mehr ein Eigenleben annimmt. Was ist zum Beispiel das physikalische Pendant zu großen Kardinalzahlen, zu Unendlich-Kategorien und so weiter? Außerdem, wie kann man für die Annahme, dass alles um uns herum Mathematik ist, überhaupt mathematikunabhängige Evidenz finden, oder handelt es sich hier nicht vielmehr um doppelt verschanzten Dogmatismus? Ich möchte, ehe wir uns zu lange mit den Problemen dieser Theorie beschäftigen, hier eine eigene Interpretation vorschlagen, die mir eines Tages als eklektischer Gedanke gekommen ist und die der Theorie zumindest partiell Plausibilisierungsansätze geben könnte. Er arbeitet mit einer Analogie zu Conways Spiel des Lebens und dem Emergenzbegriff. Die Folie hier ist überschrieben mit Emergenz in der Mathematik. Ein emergentes Phänomen ist ein Phänomen, das auf der System-Makro-Ebene auftritt, nicht aber auf dessen Systemkomponenten. Als Analogon kann man sich das vielleicht so klar machen. Wörter sind emergente Phänomene der Buchstaben. Wörter, zusammengesetzt aus Buchstaben, tragen Bedeutung, beispielsweise Baum, aber die einzelnen Buchstaben B, A, U und M haben für sich isoliert betrachtet keine Bedeutung. Also wir haben ein Phänomen, das Bedeutung tragen auf Makro-Ebene des Wortes, was sich nicht auf die Systemkomponenten, namentlich die Buchstaben, übertragen lässt. Wir schauen uns jetzt Conways Spiel des Lebens an, welches aus sehr wenigen Regeln besteht und werden sehen, wie aus diesen wenigen Regeln eine riesige Struktur empor steigt. Eben emergiert. Das Spiel besteht aus einem zellulären Automaten, das heißt aus Zellraum, endlicher Nachbarschaft, Zustandsmenge und Überführungsfunktionen. Diese Begriffe werden sich im Verlauf auf das Spiel angewandt von selbst erklären. Kommen wir erstmal zum Spielfeld. Es handelt sich dabei um ein Gitter, welches unterteilt ist in Zeilen und Spalten, das am Idealfall unendlich groß ist. Jedes Gitterquadrat ist ein zellulärer Automat, der zwei Zustände annehmen kann, tot oder lebendig. Man startet dann in dem Spiel mit einer Anfangsgeneration von lebenden Zellen, zum Beispiel der, die hier rechts abgebildet ist. Jede lebende Zelle und jede tote Zelle auf dem Spielfeld hat genau acht Nachbarzellen. Man spricht dabei von einer Murr-Nachbarschaft. Also greift man sich hier eine lebendige Zelle heraus und kann mal zählen. Es sind genau acht Zellen, die sie umgeben. Nun zu den Spielregeln. Das sind sehr wenige. Man startet, wie gesagt, mit einer beliebigen Anfangsgeneration von lebenden Zellen auf dem Spielfeld. Jede Zelle besitzt acht Nachbarzellen und jetzt haben wir insgesamt drei verschiedene Regeln. Einmal eine Geburtsregel, nach der eine tote Zelle mit genau drei lebenden Nachbarn in der folgigen Generation neu geboren wird. Im Bild rechts würde also die rote Zelle grün werden, das heißt lebendig. Weiterhin gibt es zwei Tötungsregeln. Einmal A, lebende Zellen mit weniger als zwei lebenden Nachbarn sterben in der folgigen Generation an Einsamkeit. Also die lila Zelle rechts würde in der nächsten Generation aussterben. Außerdem gilt B, lebende Zellen mit mehr als drei Nachbarn sterben in der folgigen Generation an Überbevölkerung. Die lila Zelle würde also hier auch sterben. Es dürfen folglich nicht zu viele und nicht zu wenige lebendige Zellen um eine weitere Zelle sein. Eine Zelle überlebt, wenn sie von zwei oder drei Nachbarn umgeben wird. Soviel zum Theoretischen. Schauen wir uns das Spiel doch einfach mal an. Dafür müssen wir einen kurzen Abstecher ins Neuland machen und sehen uns dann gleich auf der Webseite zurück. Ich habe jetzt hier einfach mal mit dem Mauszeiger ein paar Punkte als lebendig ausgewählt und starte jetzt die Simulation, die sich nun nur nach den besprochenen Regeln vollzieht. Diese Konstellation terminiert sehr schnell. Es zappeln nur einige wenige Strukturen noch hin und her. Probieren wir ein paar weitere. Die sich fortbewegenden Konstellationen, die man hier über das Feldhuschen sieht, werden Gleiter genannt. Oben im Menü gibt es auf der Webseite, die ich auch in der Beschreibung verlinke, einige Anleitungen zum Bauen von zum Beispiel Raumschiffen. Zum Beispiel wie diesem hier. Wir merken uns, dass ein Objekt, was das Feld auf dem rechten Bildschirm ran verlässt, hier das Raumschiff, auf der gegenüberliegenden Seite wieder hervorsticht. Noch eine letzte Konfiguration, weil es so schön ist. Vielleicht entdeckt jemand ja noch einen Gleiter. Einer wandert gerade oben rechts aus dem Spiel. Einer wandert gerade oben rechts aus dem Spiel. Wichtig ist hier oben im Menü noch der Punkt Topology. Darauf werde ich jetzt zu sprechen kommen und behaupten, dass es sich bei dem Spielfeld, was wir sehen, um einen Torus, also einen Donut, einen Rettungsring handelt. Warum ist das so? Dafür sehen wir uns das Konzept des Fundamentalpolygons aus der Topologie an. Wir verwenden dort einen ebenen Bauplan als Anleitung zur homöomorphen Konstruktion eines geometrischen Objekts. Wir haben gesehen, dass ein Gleiter, der auf der einen Seite rausfliegt, auf der anderen Seite wieder in das Spielfeld hineinfliegt. Schaut man sich zum Beispiel diesen hier an, so wird er gleich auf der anderen Seite wieder herauskommen. So verhält sich das auch mit der mit A beschrifteten Seite und mathematisch bedeutet das, dass wir die beiden gegenüberliegenden Seiten miteinander identifizieren. Die zu verklebenden Seiten sind mit dem gleichen Buchstaben versehen und die Kleberichtung ist durch einen Pfeil angegeben. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das Verkleben vonstatten gehen soll. Erstmal werden die Seiten, die mit B beschriftet sind, verklebt, dann hält man zunächst einen Zylinder. Verklebt man die Seiten A, die jetzt nach dem einmaligen Verkleben die berandenden Kreislinien sind, so erhält man schließlich einen Torus. Das ist auch ganz ersichtlich, läuft man beispielsweise den lilanen Weg entlang, kommt man auf der anderen Seite wieder heraus. Ebenso verhält es sich, wenn man versucht, den roten Weg entlang zu laufen, man kommt stets wieder beim Ausgangspunkt an. Das zeigt, wieso der Torus ein geeignetes Modell des Spielfelds ist. Die 2D-Fläche, auf dem die Gleiter lokal leben, wird global also zum dreidimensionalen Torus. Übertragen wir das auf unsere Welt, die in Dreidimensionen stattfindet, können Menschen, verstanden analog zu den Gleitern, als Lebewesen in einer 3D-Welt aufgefasst werden, die global betrachtet ein vierdimensionaler Torus sein könnte. So zumindest die Drei-Torus-Hypothese der Form des Universums. Man kann sich folgende Frage stellen. Die Erde ist rund, okay. Aber welche Form hat eigentlich das Universum? Ist es quaderförmig, eine Sphäre oder etwas ganz anderes? Kosmologische Beweise deuten darauf hin, dass der Teil des Universums, den wir sehen können, zumindest annähernd glatt und homogen ist. Das lokale Raumgefüge sieht an jedem Punkt und in jeder Richtung ziemlich gleich aus. Nur drei Geometrien passen auf diese Beschreibung, euklidisch, sphärisch und hyperbolisch. Darauf werde ich in einem späteren Video genauer eingehen. Schauen wir uns dieses Video einmal das Torus-Universum genauer an. Dafür bedienen wir uns zunächst einer Analogie, damit wir in den gewohnten 3-Dimensionen denken und nicht sofort auf 4-Dimensionen übergehen. Stell dir also vor, du bist eine zweidimensionale Kreatur, zum Beispiel ein Gleiter, dessen Universum global betrachtet ein Torus ist. Da die Geometrie dieses Universums von einem gefalteten Blatt Papier, dem Fundamentalpolygon, stammt, sind alle geometrischen Fakten, an die wir gewöhnt sind, zumindest im kleinen Maßstab gleich. Winkel in einem Dreieck ergeben zum Beispiel zusammen 180 Grad usw. Aber die Änderungen, die wir durch Schneiden und Kleben an der globalen Topologie vorgenommen haben, bedeuten, dass sich die Erfahrung, im Torus-Universum zu leben, ganz anders anfühlen wird, als wir es gewohnt sind. Wichtig ist zum Beispiel, sich darüber gewahr zu sein, dass die Wege auf dem Torus diesen umrunden und dorthin zurückkehren, wo sie begonnen haben. Und das in alle Richtungen, nicht nur in die beiden, die ich eingezeichnet habe. Man könnte also auch schräg schauen, das korrespondiert auch zu einem Rundweg auf dem Torus. Diese Pfade sehen auf dem Torus zwar gekrümmt aus, aber für die Bewohner des flachen Torus fühlen sie sich gerade an. Und da sich Licht auf geraden Wegen ausbreitet, würde man sich selbst von hinten sehen, wenn man geradeaus in eine dieser Richtungen schauen würde. Das bedeutet, dass man unendlich viele verschiedene Kopien von sich selbst sehen könnte, indem man jeweils in verschiedene Richtungen schaut. Es kommt dann zu einer Art Spiegelsaaleffekt, außer dass die Kopien von einem keine Reflexion sind. Auf dem Donut, dem Torus, entsprechen diese dann den vielen verschiedenen Wegen, durch die das Licht von einem zurück zu einem selbst wandern kann. Man muss das natürlich auf einem großen Maßstab sehen, genau genommen auf der Größe des Universums. Hier ist es offensichtlich so, dass wir uns nicht selbst von hinten sehen können, wenn wir in den Nachthimmel schauen. Das Licht braucht aber auch seine Zeit, bis es einmal durch das ganze Torus-Universum gereist ist. Und wenn man eine Kopie von sich selbst sehen würde, würde dieses Bild zeigen, wie man selbst oder zum Beispiel unsere Galaxie in der fernen Vergangenheit aussahen. Erschwerend kommt hinzu, dass verschiedene Kopien von einem normalerweise unterschiedlich weit von uns entfernt sind, sodass die meisten davor nicht leicht aussehen würden. Und vielleicht sind sie sowieso überhaupt so weit weg, als dass wir sie sehen könnten. Gehen wir nun eine Dimension höher. Schauen wir uns eine dreidimensionale Welt an, die ein 4D-Torus sein könnte. Der vierdimensionale Torus wird unglücklicherweise als Dreitorus bezeichnet. Der Dreitorus kann durch Verkleben der drei Paare gegenüberliegender Flächen eines Würfels statt eines Quadrats erhalten werden, wobei verklebt intuitiv so verstanden werden kann, dass ein Teilchen, das sich im Inneren des Würfels bewegt und einen Punkt auf einer Fläche erreicht, durch diesen hindurch geht und auf dem entsprechenden Punkt auf der gegenüberliegenden Fläche hinauszukommen scheint, wie wir das im 2D-Fall schon gesehen haben. In einem Dreitorus-Universum, also auf vier Dimensionen übertragen, wäre es dann so, dass man in alle Richtungen der 360-Grad-Perspektive, wie im Spiegelsaal, Kopien von sich selbst sehen würde. Das würde dann ungefähr so aussehen, wie hier jetzt in dieser Animation. Um die angesprochenen Schwierigkeiten zu umgehen, suchen Astronomen im Allgemeinen nicht nach Kopien von uns selbst, sondern nach sich wiederholenden Merkmalen im weitesten Bereich, den wir sehen können, der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, die kurz nach dem Urknall übrig geblieben ist. In der Praxis bedeutet das, nach Paaren von Kreisen zu suchen, die übereinstimmende Muster von Hot- und Coldspots aufweisen, was darauf hindeutet, dass es sich tatsächlich um denselben Kreis handelt, der aus zwei verschiedenen Richtungen gesehen wird. 2015 führten Astronomen eine solche Suche mit den Daten des Planck-Weltraumteleskops durch. Sie durchkämmten die Daten nach den Arten von übereinstimmenden Kreisen, die wir innerhalb eines flachen dreidimensionalen Torus erwarten würden, aber sie konnten sie nicht finden. Das bedeutet, dass wenn wir in einem Torus-Universum leben, dieses wahrscheinlich so groß ist, dass alle sich wiederholenden Muster außerhalb des beobachtbaren Universums liegen. Kommen wir zurück zum Game of Life und der Frage, was das Spiel so interessant macht. Einerseits ist es biologisch-kosmologisch von Interesse, nämlich als Einblick durch Mikroskop in ein Mikro-Universum, in dem verschiedene Lebensformen aus einfachen Evolutionsregeln entstehen. Das Spiel kann auch als didaktische Analogie verwendet werden, um die etwas kontraintuitive Vorstellung zu vermitteln, dass Design und Organisationen spontan entstehen können, ohne dass es einen Designer voraussetzt. So hat beispielsweise der Philosoph Daniel Dennett die Analogie des Game of Life-Universums ausgiebig genutzt, um die mögliche Entwicklung komplexer philosophischer Konstrukte wie Bewusstsein und freier Wille aus der relativ einfachen Reihe deterministischer physikalischer Gesetze zu veranschaulichen, die unser Universum regieren könnten, ein mathematisches Universum. So ein Argument ließe sich dann wieder in der mathematischen Philosophie verorten, statt in der Philosophie der Mathematik, denn hier ist die Inspirationsrichtung umgekehrt. Ein Beispiel für die wechselvolle Beziehung zwischen Mathematik und Philosophie. Aus Sicht der Informatik handelt es sich einerseits um ein Rechner-Modell, einer universellen Turing-Maschine und theoretisch lässt sich somit jedes algorithmische Problem, das man mit einem Computer lösen kann, auch allein durch Game of Life berechnen. Außerdem ist es in der Informatik ein Beispiel des Entscheidungsproblems. Es gibt keinen Algorithmus, der als Eingabe zwei beliebige Game of Life-Konfigurationen erhält und in allen Fällen entscheiden kann, ob eine Konfiguration aus der anderen entstehen kann oder nicht. Es handelt sich also in Unentscheidbarkeit. Also, auch in diesem kleinen Setting und in fast schon lebendig wirkenden kleinen Strukturen scheint ein deterministisches Chaos zu herrschen. Vielleicht ist es das, was wir in unserer Welt als Schmetterlingseffekt bezeichnen. Wenn man die Beziehung zwischen dem Halteproblem, der Berechenbarkeitstheorie und den Gödel'schen Unvollständigkeitssätzen vor Augen hält und das mit dem, was ich zu Tegmarks mathematischer Universumshypothese gesagt habe, vergleicht, scheint mir das ein ganz stimmiges Ende zu sein. Es scheint einige Parallelen zwischen den Lebewesen in Conways Spiel und den Lebewesen, die Conways Spiel des Lebens konzipiert haben, zu geben. Mit einem so einfachen Set an Regeln können diese wunderbaren, fast lebendigen Strukturen geschaffen werden und man kann sich vorstellen, was die dreidimensionale Molekularchemie in etwa 3,5 Milliarden Jahren leisten könnte. Vielleicht ja dieses Video. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.